Herzlich willkommen bei Willeicht im Vorzheim. Mein Name ist Manuela Mutscher-Klaus. Ich bin die Niederlassungsleiterin in diesem Hause und wir befinden uns gerade in unserer Traurig-Lounge oder wie wir es nennen, im siebten Himmel. Wir haben das Konzept umgesetzt in der ersten Etage bei uns im Geschäft, die wir komplett neu gestaltet haben, mit einem, wie Sie hier sehen, einen Trauerbereich der Marke 1,2,3 Gold, mit einem VIP-Bereich, wo wir mit unseren Kunden tiefe Gespräche führen können, Vertrauen aufbauen können, uns unterhalten können, ganz ungestört, ohne den alltäglichen Trott, der bei uns im Geschäft ist. Also gerade in diesem Bereich bei 1,2,3 Gold haben wir alles greifbar gemacht, alles ohne Fenster. Ich glaube, das ist der Erfolg für dieses junge Konzept, dass die Kunden, die kommen, einfach zugreifen können, anprobieren können und die Erfolge, die in den letzten Wochen schon passiert sind, geben uns auch recht, dass wenn man etwas anfasst, meine Meinung, die man sich vorher schon gebildet hat, was man kaufen möchte, auch immer geändert wird, weil man einfach etwas anfassen kann, ohne Hemmschwelle, ohne dass man bitten muss, dass etwas geöffnet wird, sondern man kann einfach zugreifen und es anprobieren. Wir haben auch schon wirklich viele positive Kundenfeedbacks bekommen, nicht nur in dem Bereich 1,2,3 Gold, sondern auch in unseren anderen Bereichen, dass wir einfach entspannt miteinander sprechen können, ohne dass man gestört wird durch Telefonklingeln oder durch durch Telefonklingeln.